Hi Leute, wir sind heute in Köln unterwegs und wollen den Leuten mal unser Woodshirt, unser T-Shirt aufs Holz präsentieren und schauen, wie deren erste Reaktion ist. Es ist auf jeden Fall schön weich, finde ich, aber nicht zu weich. Es gibt ja auch so T-Shirts, wo man irgendwie das Gefühl hat, man zieht ein Küche-Pullover an, obwohl es ein T-Shirt ist. Ja, okay. Hier, dann fühlst du einfach mal das T-Shirt. Also, ich finde, es fühlt sich sehr leicht an. Das finde ich immer ganz wichtig, gerade jetzt bei so einem Wetter. Fühlt sich auf jeden Fall, wie es ausschaut, weich an. Mir gefällt's. Ja, aber du musst es auch fühlen. Das macht ja schon einen sehr nachhaltigen Eindruck, auf jeden Fall, wenn man es schon anschaut. Wenn man dann noch weiß, es ist aus Holz und aus Bio-Baumwolle. Gucken wir, was dazu sagen. Das ist auf jeden Fall ein weigergeiler Stoff. Also auf jeden Fall weich. Weich. Weich als dein T-Shirt oder deins? Ja, doch. Ja. Gibt's gut an. Gut auf der Haut. Wenn ich das jetzt anziehen würde, fände ich's auch gut. Also, mir gefällt's. Ich würde es jetzt tragen, so wie es ist. So Leute, das waren die Reaktionen auf unser Woodshirt, auf das T-Shirt aus Holz. Den Leuten hat's gefallen. Wir finden's cool, dass es den Leuten gefallen hat. Und wenn euch das Video gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und bei Fragen einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Und für mehr könnt ihr auch gerne unseren Channel abonnieren. Tschüss. 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 Tschüss.